In Bento, ja. Die machen Bento-Boxen. Oh, das ist ultra cute. Ich möchte mir jetzt auch immer schön Lunchboxen machen, glaube ich. Wihi. Wischen. Ah. Hallo. Wir gehen einkaufen, anscheinend. Jetzt überlegen wir, was wir kochen. Ich glaube, wir machen unsere Bento-Box für unser süßes Katzenkind. So. Schön den Reiß da rein. Ja. Da sehen wir, wie wir das machen sollen. Das ist ja easy. Okay. Das kriege ich gerade noch so hin, ne? Was eine Bento-Boxen ist, das sind so Frühstücks-Boxen. Oder eher so Mittagessen-Boxen. Japanische Lunchboxen. Ich finde es so krass, wie viel Aufwand da drin steckt für so eine Lunchbox. Und dann wird es halt, es wird dann auch schnell gegessen. So. Es ist ja nicht so, dass man sich das da noch drei Stunden lang anguckt. Wer hat denn so viel Zeit, ja? So. Ach, wir können es sogar drehen. Ich finde das so süß, wie das so zugepackt wird und dann fliegst du halt so weg. Das ist so niedlich. Okay, ich drehe dich und dann packe ich dich da hin. Plup, plup. Ach, guckt. So. So. Oh Gott, wie süß. Es ist so süß. Oh mein Gott, okay. Es ist ein bisschen zu süß. Da schreit mein Uterus, wenn ich das sehe. Möchte ich gerne eine Katze gebären, wenn die Katze so süß war in ihrem Hochstuhl. Fringe. Hä, wie machen wir das jetzt? Ach, easy. Das können wir nicht drehen. Oh no. Ah, okay, rückgängig. Wenn die so Ecken haben, kann man die nicht drehen. Kein Problem für mich. Es ist halt sehr puzzelig, ne? Das dahin, das dahin und das dahin. Ha, I did it. I did it. Ey, das ist ja einfach. Oh. Ach, den können wir nicht drehen, den Friemel. Ach, den können wir auch nicht drehen. Macht ja nichts. So. Oder so. Ha. Warum ist denn das so cute? Das ist einfach so, man kann das so, man kann das so einfach mit dem Ball so ein bisschen spielen. Das ist einfach sehr süß. Jetzt muss ich kurz nachdenken. Wir brauchen ja hier auch noch. Das muss nach unten. Dann müsste das dahin. Ah. Das muss zuerst. Oder nicht? Doch. So. So, klug. So, ne? Ah, Mist. Ach, den können wir wieder nicht drehen. Dieses Geräusch, wenn man das dreht, ist so dieses so. Ja, man muss das. Knotenkopf. Ja, so. Ja, ja. Ey, das ist ja jetzt sehr easy wieder, ne? Das muss ja oben hin und dann das einfach unten. Tada. Hallo. Weiter. Hä? Ah, so können wir Sachen drehen. Aha, voll gut. Warum? Warum schreibst du sowas? Woher das? Zack. Geilo. Ganz einfach, so. Oder das machen wir da hin. Und dann machen wir einmal hier drehen oder einmal da drehen. Aber dann sind die auch limitiert. Ich dachte, diese Funktion mit dem Drehen, ich dachte, dass wir die sozusagen als Zusatz-Skill jetzt haben. Aber das nimmt quasi hier auch einen Platz ein. Deswegen müssen wir jetzt einmal hier drehen und dann einmal da drehen. Aber wir können ja erst... Oh, warte. Jetzt wird's doch... Ja, so. Und dann so. Ha. Ich hab's. Also der Knoten im Kopf wird größer und das Feld hier wird auch größer. Oh, okay, okay, okay. Und jetzt noch mit drehen. Oh, no. Ja, jetzt. Ihr dachtet, es wäre ganz einfach, das Spiel, ne? Jetzt geht's hier los. Jetzt geht's hier los. Ja. Klar. Oh, das war jetzt einfach. Aber so prinzipiell könnte es jetzt sehr schwierig werden langsam. Oh, warte mal. Das ist... Das dreht die Äußeren. Da wollen wir aber die Haare... Achso, für die ist das wichtig. Ah, easy peasy. Easy peasy. Du musst da oben hin. Und du musst ja unten hin. Und dann drehen wir euch. Geil. Oh, hier wird nur gedreht. Das ist erst mal, um uns die Mechanik hier beizubringen. We did it. Ja. So. Das... Was? Nee, stopp. Rückgängig. Wir müssen erst das nach oben machen. Weil, wie jetzt... Ach nee. Ich dachte gerade... Nee, okay. Ich dachte, wir könnten uns das eine sparen, wenn wir das drehen mit dem. Aber wir drehen es ja nicht mit dem. Nee, aber jetzt müssen wir erst mal das... Hä? Doch, so. Kurzen Knoten im Hirn gehabt. Konnte ihn aber lösen. Oh mein Gott. Oh, so süß. So süß. Hä? Das heißt, einfach nach oben schieben. Ah, nach oben schieben und dann das dahin. Okay. Das ist aber visuell einfach auch sehr gut gemacht. Das ist... So. Du nach oben und dann das hier da hin. Du kommst nach da hin. Kommst nach da hin und dann schieben wir den da hin. Also ich muss sagen, dieses Algenzeug... Ich mag das nicht mit den Algen. Also da bin ich raus. Das mag ich überhaupt nicht. Wir haben nichts von dem grünen zum nach... Ähm... Packen. Also machen wir das mal... Nee, warte. Wir müssen das... Hier haben wir sowas. Das können wir da hin machen. Äh... Doch. Ja, so. Warte. Wir wollen das da unten haben. Wenn ich das jetzt schiebe und das so schiebe... Ah ja, 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 so. Wahrscheinlich dürfen wir das da eigentlich noch nicht rein machen. Jetzt können wir das darüber schieben. Den haben wir noch zum wieder hinpacken. Ja, 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 so geht's doch. Den nach unten und dann können wir den hier wieder hin machen. So. So viele Boxen haben wir schon geparkt. Ist alles für einen Schultag natürlich. So. Oh. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Weil wir haben ja hier das noch, um das da reinzupacken. Nee, warte mal, war das doch... Was ist doch richtig? Hä? Wir brauchen dann ja oben da noch was. Hä? Wartet mal. Ich dachte halt so. Aber dann fehlt ja was. Also ich würde jetzt denken, dass das auf jeden Fall sein muss. Aber dann sind da ja noch zwei Lücken. Seht ihr, was ich meine? Das geht doch dann nicht. Das müsste dann ja... Also... Dann geht das ja nicht. Dann fehlt ja hier was. Ich habe gerade einen Klon im Kopf. Hä? Ich glaube, ich mache gerade mega den Denkfehler, oder? Kann man die auch da so rüber über die anderen hüpfen lassen? Nee, okay, die sind dann alle weg, ne? So, das hier, meintest du? Also ich hatte es ja so. Aber dann... Aber dann ist ja das falsch. Dann ist ja hier was... Das meine ich. Oh mein Gott. Ich stand sehr auf dem Schlauch gerade. Danke, Leute. Oh Gott. Ich stand richtig auf dem Schlauch gerade. Wahnsinn. Das ist einer nach unten, zwei nach unten. Oder zur Seite halt, ne? Also man würde jetzt gerne das hier hinpacken. Aber wir brauchen die hier. Oh, das ist... Ach so. Das ist so. Ich werde mal was probieren. Ne. Das ist ja voll der Quatsch. Also das müsste schon irgendwie nach unten. Aber wir müssen erstmal die verschieben, glaube ich. Das irritiert mich gerade, weil da sind halt... Zwei. Ah, das heißt einfach so beide nach... Okay, ja gut. Dann klappt es so. We did it. Ach, du willst hier so hin und dann willst du da weg. Oh. Aber so haben wir ja viel zu viel kaputt gemacht. Wir dürfen nicht so viel kaputt machen dabei. Oh, das dürfen wir nicht reden. Okay. 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 Mist. Ach nee. Genau, doch nicht bist. Nimm alles zurück. War super. Oh, first day at school. Tschüss. Hab einen schönen Tag in der Schule. Süßes ist. Oh, es ist falsch rum, ne? Wir brauchen die. Ach nee, die müssen in die Mitte. Das wollen wir nämlich nicht. Ähm, ich glaube, wir müssen einmal das nach oben schicken. Dann so irgendwie. Dann so. Ach nee. Ja, dann fehlt einer. Fast. Wir müssen einen erst nach unten. Also war das nicht richtig so eigentlich? Äh. Äh. Doch. Nein. Nein, doch. Oh. Moment. Oh Gott. Mein Hirn ist gerade out of order. Ähm. Noch so rum machen. Und dann so. Nee, dann ist es auch wieder falsch. So. Doch, so. Und dann so. Ha. Na gut. Also der will ja hier irgendwie sein. Aber vorher müssen wir bestimmt was drehen. Was ist das für welche? Oh. Ach, das geht nur so. So klappt's. Sehr chillo, Mello. Du schiebst dich so. Geht der so. Das sieht ja hier sehr richtig aus. Oh, das können wir nicht drehen. Moment. Moment. Tada. Ähm. Oh, ich sehe jetzt erst. Ach, das können wir hier alles komplett verdecken. Wir haben ja hier das, was wir brauchen. Wir müssen halt das wirklich da in die Mitte einmal schieben. Oh, dann haben wir noch den hier. So. Ach, der schiebt es zu. Die erst rüber und dann so. Was ist das denn? Ah, das ist perfekt. Das finden wir gut. Sehr schön. Wie viele Level gibt es in diesem Spiel eigentlich? Ich will das mal sehen. Gibt es da eine Übersicht? Oh, guckt mal da. Wir haben schon voll viel gespielt. Aber hier steht 43 von 127. Eins will ich noch machen. Eins machen wir noch. Eins machen wir noch. Was ist der hier? Was macht das? Oh, da können wir uns wieder was in die Box reinpacken. Das ist ja cool. Das können wir doch dann einfach drehen. Jetzt drehen. Ja. Okay, noch eins. Ah, das wird jetzt die ganze Zeit so gehen. Ähm. Oh ja, warte. Ich habe es. Den. Den hier hin. Den da hin. Und den da hin. Irgendwie wird es leichter damit. Jetzt hast du welche übersprungen. Habe ich? Nee. Habe ich wirklich? Oh. So was machen wir nicht. Dann müssen wir jetzt noch welche machen. Den dürfen wir nicht drehen. Den dürfen wir auch nicht drehen. Hier ist die. Ah, hier haben wir noch eine Ersatz Zitrone. Du kannst dich da hin. Nee, warte mal. Dich wollen wir doch. Ach nee, wir können dich ja nicht drehen. Nicht gut. Ich habe es gemacht. Dann kommt der Hartmut. Meinst du, die Level, die höheren Level werden richtig krass? Ist ja die Frage, ne? Ob das so schwierig wird noch. Nee, wir brauchen ja. Den brauchen wir ja unten. Dafür müssen wir auf jeden Fall den hier benutzen. Und dann müssen wir da oben noch. Ah, warte. Erst mal schieben wir das da rüber. So. Wir brauchen ja das da oben. So. Jetzt haben wir es. So, ne? Und jetzt den hier rüber. Tada. Hast du einen Freund mit nach Hause gebracht? Unser Katzenkind hat einen Freund gewonnen. Und das ist jetzt aber sehr schwierig. Also das noch mal komme ich jetzt gar nicht klar. Oh, komme ich wirklich nicht. Ups. Ich habe es falsch gemacht. So rum. So geht's. Ups. Du musst noch aus hier. So. Das hatten wir schon. Ne? Ja. Das ist schon so ein Stempel. Tada. Wir haben richtig viele Boxen geparkt. Oh, es ist ultra cute. Ich möchte mir jetzt auch immer schön Lunchboxen machen, glaube ich. Einfach für morgen vielleicht. Die ich dann am Schreibtisch essen kann. So. Oh. Was ist denn in meiner Box heute drin? Ich mir dann selber gepackt habe. Guck mal. Hier sind noch die ganzen Storys. Die kann man sich nochmal angucken. Oh. Da kommen noch ein paar. Oh. Hier sind die Credits. Das ist alles so niedlich gemacht, ne? Ultra süß. Okay, aber wir verabschieden uns jetzt vom Spiel. Das war sehr süß. Das war ultra süß. Das war ultra süß. Das war sehr süß. Oh. Georgina western. Und derionalgistenst.